Karneval ohne Rosen-Montagszug. Für Dieter Wenger ist das eine Horrorvorstellung. Es ist ja Karneval. Es steht ja unter Ländler des Karnevales, deshalb soll das auch sehen. Und da wollen wir einfach zeigen, dass der Name sich auch von einem Virus nicht unentrennt. Und deshalb will Dieter Wenger seine Monumente auf jeden Fall aufstellen, sobald es wieder erlaubt ist. Zur Not, eben ein paar Monate später, zurück in Köln. Theo Schäfges ist zusammen.